Frau Kollegin Wagner, Sie wissen ja selbst, dass das BAföG gar nicht mehr das tut, was es tun soll. Teilweise haben wir ja auch schon drüber gesprochen, liegen ja die Sätze unter dem Bürgergeld, also sind viel zu niedrig. Insofern ist natürlich ein solches Kreditinstrument für alle, die jetzt knapp sozusagen am BAföG vorbeisegeln, wäre das eine gute Möglichkeit, um aus dieser prekären Finanzsituation herauszukommen durch einen finanzierbaren Kredit. Und wenn wir mal auf internationaler Ebene gucken, dann ist es ja durchaus üblich, dass solche Kredite auch mit staatlichen Mitteln gestützt werden. Der Eindruck, der hier teilweise auch in der Debatte im Plenum entstanden ist, dass es sich hier um eine normale Bank handeln würde und man sozusagen nichts machen könne an diesen Zinssätzen, ist ja falsch. Die KfW ist eine Anstalt, eine Bundesanstalt und den Vorsitz im Verwaltungsrat teilen sich ja abwechselnde, Herr Kollege Lindner, FDP, unser Finanzminister und der Wirtschaftsminister von den Grünen, Habeck. Und ich darf daran erinnern, dass in der letzten Legislatur gerade diese beiden Fraktionen sich immer vehement für die Studenten ins Zeug gelegt haben, aber eben nur verbal. Jetzt können wir sie an ihrem Handeln messen und sehen, dass hier sehr viel Luft nach oben ist. Zum Antrag der CDU. Frau Kollegin Staffler, ich bin da ganz anderer Ansicht. Sie sagen bei Ihnen ja Punkt zwei, Sie wollen eine feste Zinsbindung. Aber was nutzt eine feste Zinsbindung, wenn es eine feste Bindung auf einer zu hohen Höhe ist, dann ist dieses Instrument natürlich auch nichts wert. Deshalb sind wir dafür, über eine sozialverträgliche Obergrenze hier nachzudenken, sodass dann bei sich ändernden Zinskursen hier die Studenten nicht plötzlich in eine Situation hineingelangen, wo sie auf einmal dann auf einem Berg von Schulden sitzen. Deshalb halten wir das Instrument einer Obergrenze, wo natürlich der Staat dann einspringen müsste, wenn die gerissen würde, hier für das bessere Instrument. Deshalb nur Enthaltung zum Antrag der CDU. Und wir bitten um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank. Der Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel Zinsen beim Studienkredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau deckeln, Kostenfalle stoppen auf der Bundestagsdrucksache 20 9507. Wer stimmt für den AfD-Antrag? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Zustimmung der Antragstellenden Fraktion und Ablehnung aller anderen Fraktionen und Gruppen hier im Ausschuss dieser Antrag abgelehnt. Naja, der Zinssatz, wie er derzeit für Studierende aussieht, so nicht tragbar ist. Und es zeigt sich dadurch auch nochmal, dass Studienkredite in dieser Form erstens kein Dauerinstrument sind. Also das ist auch schon mal ein Fehler, den Sie gerade mit angesprochen haben. Das ist nicht dafür gedacht, dass dauerhaft Studierende ihr gesamtes Studium, Bachelor sowie Master über einen Kredit und schon gar nicht über den KfW-Kredit finanzieren. Und deswegen zeigt sich auch nochmal an dieser Stelle, wir brauchen ein auskömmliches BAföG.